Hallo zu einer weiteren Episode Glamly Gut, ich schließe erstmal meine Tür Das ist die beste Ansage ever Okay, denkt dran, in dieser Episode möglichst viel Bullshit oder ähnliches lustiges Zeug labern Damit ich möglichst mit wenig aufnehmen und möglichst viel zusammenschneiden kann, okay? Ich bin gleich wieder da Hey, rettet mich Oh, Joko, was ist da mein Musik? Was ist denn die Kiste in meinem Musik? Bei der Welt, ja, das nehme ich jetzt als Ansage Was für eine Uhrzeit haben wir gerade? Bin um 20 Uhr, 24 Ach, meinte Minecraft Tag, Mittag Mittag, ne? Mittag Das ist komisch Eigentlich nicht, eigentlich nicht komisch Weil man eh gerade leer läuft Also ich werde Tonnen an Zäune mitnehmen müssen dann So Weil das die Barriere bei der Enderquare So, ne, ich glaube, ich müsste mal meinen gehen, vielleicht Ne, musst du eigentlich nicht, tatsächlich Meinen ist genau das, was du überhaupt nicht musst Lem Mal kurz Let's go Let's go to the deep dark Da Da Wickelungen dabei haben übrigens schon eine Tonne an Arbeit So Äh Was ist das? 11,57 Angeblich vorne in der Ecke splittet die sich Lol, what? Wieso splittet die sich hier angeblich? Ja, da bin ich gerade Ah, ich hab's gefunden, was das Problem war Okay So So, klick jetzt nochmal an Was, was sagt er jetzt? Ähm Successfully Instable boundary Nice So, jetzt kommt das nächste Jetzt klatschen wir dieses Gedöns einfach oben drauf Bevor Wow Halte ich mal fest In meinem Crusher Äh, ne, im Grinder heißt das, glaube ich Äh, hab ich, äh, tin ore In der Modular Socket, wo es dann verdreifacht wird Hab ich, ähm, Gott Sag, äh, ich glaube, Copper ist das In dem anderen habe ich wieder tin Und da habe ich Keine Ahnung Ich hab auch drin Das sieht sehr random aus Naja, und hier wird das für jetzt dann alles in die Paris gepflanzt Und dein Zeich sollte dann eigentlich in diese Kiste reingehen Ja, bisher mit dem Chunk oder, ne? Ja, da ist noch mal so im Bereich des Chunkers Normalerweise sind die Condors hier intelligent genug Das, die das Zeug, äh, hier vorne gleich in die Paris reingeben Ich, mal sehen wir, wer gerade da oben sollte, glaube ich eigentlich laufen Oh, du hast was in die Paris Gut dann wollen wir dann kommen wir eigentlich gehen, weil der Rest ist jetzt eh alles auf , fad Ok, tschüss! Ach so, was ist denn mit Bastian? Ich weiß nicht, du kannst mal hochgehen wenn du willst. Magst du mich move?